Kapitel 9 – Kollaboration mit HKLSE-Ingenieuren In diesem Kapitel zeigen wir, wie das Architekturteam mit HKLSE-Ingenieuren zusammenarbeitet. Wir demonstrieren, wie Archicad über andere Dateiformate wie DXF, DWG oder IFC mit anderen Programmen wie AutoCAD verknüpft werden kann. Außerdem stellen wir den HKLSE-Modeller vor und den Arbeitsablauf zum Erstellen und Bearbeiten der 3D-Kanäle, Installationen, Rohrsysteme oder Kabelführungsmodelle zur Koordination zwischen dem Architekturmodell und anderen Disziplinen. Wir verwenden den HKLSE-Modeller zum Importieren intelligenter 3D-HKLSE-Netzwerke aus anderen Programmen in unser Archicad-Planungsprojekt zur weiteren Bearbeitung. Abschließend führen wir eine Modellanalyse durch, um Konflikte zwischen dem Architekturplanungsmodell und den HKLSE-Elementen zu finden. Archicad bietet eine clevere Lösung, mit der sich Risiken bei der Konstruktion auf ein Minimum reduzieren lassen, weil Konflikte und Abweichungen während der Ausführungsplanungsphase gefunden werden. Schritt 1. DWG-Export In diesem Schritt sichern wir ein DWG-Set für den Haustechniker. Wir exportieren alle Grundrisse mit vordefinierten Einstellungen. Die Basis der DXF bzw. DWG-Übersetzung ist eine vom Mechanic Engineer bereitgestellte leere DWG, die als Vorlagedatei verwendet wird. Das Büro des Haustechniker verwendet sein eigenes striktes System für Dateien und Attribute. Wir verwenden die DWG-Übersetzer-Einstellungen für exportierte Dateien, die exakt für die Verwendung in ihrer Arbeitsumgebung anpassen. Wir können viel Zeit sparen und die Kollaboration reibungslos gestalten, indem wir gleich zu Beginn für eine schnelle Einrichtung und eine optimale Umwandlung sorgen. Archicad ermöglicht außerdem das Sichern und Laden von Übersetzer-Dateien, die für die Kommunikation mit dem erweiterten Planungsteam erstellt wurden, sodass über den gesamten Datenaustausch hinweg die gleichen Export- und Importeinstellungen verwendet werden. Nachdem Sie die Archicad Col09.pln-Projektdatei im Ordner Kapitel 09 geöffnet haben, können wir mit der Konfiguration des DXF-DWG-Übersetzers beginnen. Wählen Sie den Menübefehl Ablage Datei Spezial DXF-DWG-Übersetzer-Einrichtung aus. Wir haben zur schnelleren Konfiguration bereits eine Übersetzer-Datei vorbereitet, sodass wir diese nur in Archicad laden und eine Feinabstimmung bestimmter Einstellungen vornehmen müssen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen im Dialogfenster DXF-DWG-Übersetzer-Einrichtung und öffnen Sie die XML-Datei Col09-01 Haustechnik DWG-Übersetzer im Ordner Kapitel 09. Wie Sie sehen, erscheint der Übersetzer in der Liste der verfügbaren Übersetzer. Erweitern Sie das Paneel Einstellungen in ausgewählten Übersetzer und wählen Sie Zeichnungseinheit im linken Teilfenster aus. Wir haben den Wert für DXF-DWG-Zeichnungseinheit im Archicad-Feld auf 1 m voreingestellt. Beim Skalierungsfaktor zum Importieren von Text- und Markerfeldern haben wir die dritte Option ausgewählt. Wählen Sie Option öffnen im linken Teilfenster aus. Wir benötigen diese Optionen später in diesem Kapitel zum Importieren der DWG-Dateien. Auf der rechten Seite haben wir die folgenden Optionen für die verschiedenen Felder voreingestellt. Im Feld AutoCAD-Blöcke übersetzen als haben wir gruppierte 2D-Elemente vorgegeben, sodass diese Blöcke zu einem gruppierten Set von Linien, Bögen usw. werden. Hier können Sie auch AutoCAD-Blöcke zum Importieren als 2D-Elemente oder Bibliothekselemente auswählen. Wenn Sie die Option Bibliothekselemente auswählen, werden alle AutoCAD-Blöcke als GDL-Objekte in Archicad importiert und in einem separaten Ordner erstellt. Für das Feld Bemaßung übersetzen haben wir Maßketten eingestellt. Dies entspricht der besten Umwandlung aus dieser Pop-up-Liste, da in diesem Fall AutoCAD-Maßketten in Maßketten umgewandelt werden. Sie können auch die Option Linien und Texte oder Maße als einzelne Einheiten auswählen. Wir haben die Markierung für die nächsten beiden Blöcke beibehalten, um nach Möglichkeit assoziative Bemaßungen zu erstellen und AutoCAD-Schrefour-Blöcke zu importieren. Für das Feld Bilder umwandeln in haben wir originales Bildformat gewählt, so dass JPEGs als JPEGs verwendet werden und so weiter. Für das Feld 3D-Daten in erstellten Bibliothekselementen haben wir die Option Binäres 3D gewählt. Diese Option ist wichtig, wenn Sie mit den Menübefehlen Ablage, Bibliotheken und Objekte, Objekt öffnen oder Ablage, Bibliotheken und Objekte, Blöcke aus DXF, DWG importieren, 3D-AutoCAD-Inhalte als Bibliothekselemente öffnen. Zum Abschluss haben wir das Kontrollkästchen Teilweise ist Öffnen, Aktivieren markiert. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Filtern umgewandelter Elemente nach Ebene, wenn Sie eine DWG-Datei öffnen oder dazuladen. Nur Elemente oder markierte Ebenen werden in Archicad umgewandelt und importiert. Wählen Sie die Option Sichern im linken Teilfenster aus. Wenn Sie auf die Liste der möglichen Dateiformate auf der oberen rechten Ecke klicken, werden Sie sehen, dass alle Versionformate von AutoCAD 2000 bis 2010 unterstützt werden. Für den Moment behalten wir alle Voreinstellungen auf dieser Einstellungsseite bei. Klicken Sie auf die Schaltfläche nach Vorlage DXF DWG-Datei suchen, unmittelbar rechts vom Feld Vorlagendatei. Blättern Sie zu der vom Haustechniker bereitgestellten DWG Vorlage Datei COL 09 01 02 Haustechnikvorlage und wählen Sie sie aus und klicken Sie anschließend auf Öffnen. Das Feld Vorlagendatei ist jetzt so eingestellt, dass bei der Übersetzung diese DWG-Datei als Vorlagendatei verwendet wird. Diese Datei ist eine leere Datei, die alle vom Haustechniker verwendeten erforderlichen Attribute enthält, einschließlich Ebenen, Linientypen und Schriftarten. Wir ordnen die Archicad-Attribute, den entsprechenden Attribute, in dieser AutoCAD-Datei zu. Ein bestimmtes Archicad-Attribut wird in ein bestimmtes Attribut der Vorlagendatei umgewandelt und umgekehrt. Wir behalten alle weiteren Einstellungen in der Seite Optionen sichern bei und fahren mit den Attributeinstellungen fort. Erweitern Sie die Attributliste. Erweitern Sie Ebenen und wählen Sie Methoden aus. Wir haben das Feld Ebenen erzeugen gemäß auf Archicad-Ebenen eingestellt und wir haben das Feld Elemente sichern auf auf den Wert nur sichtbare Ebenen eingestellt. Individuelle Ebenen im Feld eigene Leer erstellen für verschiedene Archicad-Elemente wie Fenster, Türen oder Schraffuren brauchen wir nicht anzugeben. In der resultierenden DWG-Datei exportieren wir alle Archicad-Ebenen in eine einzige Ebene. Dies war eine weitere Anforderung des Haustechnikers, der gerne alle Architekturdaten auf einer einzigen Ebene hat, sodass sie sehr einfach in dieser Datei angezeigt oder ausgeblendet werden können. Wählen Sie das Element Layer-Namen-Konvertierung im linken Teilfenster aus. Sie können die Ebenen unseres Projekts in der Spalte Archicad-Ebene in der Mitte des Dialogfensters anzeigen. Wir haben diese Liste vorbereitet und alle Ebenen mit der DWG-Ebene Architekturdaten abgestimmt. Das bedeutet, dass alle Archicad-Ebenen in dieser Ebene umgewandelt werden und Elemente auf allen Ebenen in unserer Projektdatei werden in der resultierenden DWG-Datei auf dieser Ebene platziert. Der Haustechniker kann alle Architektur-Inhalte in seiner Datei sehr einfach bearbeiten. Darüber hinaus werden durch das Importieren der Datei keine unnötigen zusätzlichen Attribute in AutoCAD erstellt. Sehen wir uns jetzt an, wie wir diese Ebenenpaare sehr schnell und einfach konfigurieren können. Wählen Sie das Archicad-Lehr aus, das erste Element in der Liste, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Das Dialogfenster Ebenen-Konvertierungselement bearbeiten erscheint. Hier können Sie die Konvertierungspaare einstellen durch Auswählen einer Archicad-Ebene auf der linken Seite und einer AutoCAD-Ebene aus der Zuvorlagendatei auf der rechten Seite. Bitte beachten Sie, dass das Feld für die Ebenen der DWG-Vorlagendatei nur aktiviert ist, wenn eine Vorlagendatei in der Seite Optionen sichern eingestellt ist. Wählen Sie die Ebene 0 in der Dropdown-Liste DWG-Vorlagendatei-Ebene auf der Seite DXF DWG aus und klicken Sie auf OK. Die Ebene 0 ist die Standardbasis-Ebene in AutoCAD. Sie kann nicht gelöscht werden. Sie ähnelt der Archicad-Ebene in Archicad, daher empfiehlt es sich, dieses Ebenenpaar zuzuordnen. Sehen wir uns ein kleines Beispiel dazu an, wie wir Stiftfarbenpaare zwischen Archicad und AutoCAD einander zuordnen können. Erweitern Sie das Element Stifte und Farben im linken Teilfenster und wählen Sie Stiftfarbenkonvertierung aus, aktivieren Sie die Option Stiftfarbenkonvertierungstabelle benutzen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Neu. Das Dialogfenster Stift-Konvertierungselement bearbeiten erscheint. Hier können Sie einen Archicad-Stift auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche Stiftauswahl im oberen rechten Bereich des Dialogfensters klicken. Auf diese Weise können Sie einen Stift aus der aktuellen Stiftset-Palette des Projekts auswählen. Wählen Sie Stift 27 aus der Stiftauswahlpalette oder geben Sie 27 im Feld Archicad-Stift ein. Jetzt können wir eine AutoCAD-Farbe auswählen, indem wir auf die Farbfelder des typischen AutoCAD-Stiftsets klicken. Klicken Sie zum Auswählen auf die Farbe Rot in der linken oberen Ecke der AutoCAD-Stiftpalette oder geben Sie 1 im Feld AutoCAD-Stift ein und klicken Sie anschließend auf OK. Dadurch wird die Archicad-Stiftfarbe 27 Schraffur Strukturwand schwarz in der resultierenden DWG-Datei in die AutoCAD-Stiftfarbe Nummer 1 Rot umgewandelt. Erstellen wir jetzt auch einige Linientyp-Konvertierungselemente. Erweitern Sie Linientypen im linken Teilfenster und wählen Sie Linientyp-Linientyp-Umwandlung aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Neu. Wählen Sie in dem jetzt angezeigten Dialogfenster den Linientyp-Strichlinie als Archicad-Linientyp aus und wählen Sie den Typ Strichpunkt 2 als AutoCAD-Linientyp aus. Klicken Sie anschließend auf OK. Wiederum werden die verfügbaren AutoCAD-Linientypen aus der angegebenen DWG-Vorlagendatei ausgelesen und Sie können jeden Archicad-Linientyp in einen bereits in der Vorlagendatei vorhandenen Linientyp umwandeln und auf diese Weise wird das Attributset der DWG-Datei nicht aufgebläht. Erstellen wir jetzt ein weiteres Konvertierungspaar. Klicken Sie auf Neu und ordnen Sie anschließend den Archicad-Linientyp Strichpunktlinie dem AutoCAD-Linientyp Strichpunkt zu. Klicken Sie auf OK, um die Angaben zu übernehmen. Wählen Sie nun das Elementzeichensatz Stilkonvertierung im linken Teilfenster aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu auf der rechten Seite. In Archicad verwenden wir die Schriftart Arial mit der Western-Codierung und wir müssen für die Konvertierung dieser Schrift einen voreingestellten AutoCAD-Textstil aus der Vorlagendatei auswählen. Wählen Sie die Option Archicad-Text in der Dropdown-Liste Vorlagenstil aus und klicken Sie auf OK. Wählen Sie Verschiedenes im linken Teilfenster aus. Behalten Sie die Voreinstellungen auf dieser Seite bei. Erweitern Sie zum Abschluss individuelle Funktionen. Hier finden Sie die Funktion Zusätze öffnen und Zusätze sichern. Sie können eine Feinabstimmung Ihres Übersetzers durchführen durch Bearbeiten verschiedener individueller Funktionen zum Exportieren und Importieren bestimmter spezifischer Elementtypen zwischen Archicad und AutoCAD. Für den Augenblick behalten wir die vorhandenen Einstellungen bei. Wir haben jetzt die Einrichtung des Übersetzers abgeschlossen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen sichern und schließen, um das Dialogfenster DXF-DWG-Übersetzer-Einrichtungen zu verlassen. Wechseln Sie zur Seite Publisher Set des Navigators. Klicken Sie auf die Schaltfläche Publisher Set Auswahl und Manager oben im Navigator und wählen Sie das Element Publisher Set in der Popup-Liste aus. Hier werden alle verfügbaren Publisher Sets des Projekts aufgelistet. Wählen Sie das Set 03-HKL-SE aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen im unteren Bereich des Navigators. Klicken Sie auf Durchsuchen und geben Sie einen Zielordner auf Ihrer Festplatte an. Wählen Sie außerdem die Option Verzeichnisstruktur beibehalten, erzeugen aus und klicken Sie auf OK, um diese Einstellungen zu übernehmen. Doppelklicken Sie auf das Publisher Set 03-HKL-SE, um es zu öffnen. Erweitern Sie den Ordner 03-01 Entwurfsplanung darin. Hier sehen Sie die vorbereiteten Grundrisse mit den entsprechenden Einstellungen. Diese Grundrisse sind bereit zum Exportieren an den Mechanik-Ingenieur. Wählen Sie, während der Ordner 03-01 Entwurfsplanung ausgewählt ist, in der Dropdown-Liste im Paneel Format die Option DWG aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen. Dadurch wird das Dialogfenster DXF DWG Übersetzer Einrichtung geöffnet, so dass Sie angeben können, welcher Übersetzer für die Publikation dieses Sets verwendet werden soll. Wählen Sie den zuvor geänderten Coil 09-01-01-Haustechnik DWG Übersetzer aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen sichern und schließen. Vergewissern Sie sich, dass die Option dieses Sets in der Pop-up-Liste der Schaltfläche Sets für die Ausgabe rechts von der Schaltfläche Publizieren ausgewählt ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Publizieren, um mit dem Exportieren von Dateien fortzufahren. Dadurch wird der Inhalt des ausgewählten HKLSE-Sets publiziert. Archicard beginnt mit dem Exportieren der DWG-Dateien. Sie können den Stand der Umwandlung im Publikationsdialogfenster verfolgen. Das Sichern der einzelnen DWG-Dateien dauert mehrere Sekunden. Wenn der Status aller Elemente in gesichert geändert wurde, so bedeutet dies, dass Archicard den Prozess abgeschlossen hat. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden im Dialogfenster Publikation. Falls Sie über AutoCAD oder einen kostenlosen DWG-Betrachter verfügen, können Sie einen der exportierten Grundrisse öffnen, um ihn in der AutoCAD-Umgebung anzuzeigen. Haben Sie kein solches Programm, folgen Sie einfach den Schritten im Movieplayer. Öffnen Sie die DWG-Datei 1. Obergeschoss im Ordner 03.01 Entwurfsplanung, in AutoCAD oder in einer DWG-Betrachter-Applikation. Vergrössern Sie die Zeichnung, wählen Sie einige typische Elemente wie Raumstempel, Tür, Wandlinie oder Objekt aus. Beachten Sie, dass alle Elemente auf der Ebene Architekturdaten platziert wurden. Wenn Sie die Ebenenliste öffnen, gibt es dort lediglich die Standardebene 0 und die Ebene Architekturdaten. Wie Sie sehen, wurde die schwarze Stiftfarbe der Wände und anderer Elemente gemäß den Übersetzer-Einstellungen in Rot geändert. Die Einrichtung eines intelligenten Übersetzers erfordert nur wenige Zeit, dadurch wird die Kommunikation und die Datenübertragung mit Haustechnikern erheblich vereinfacht. Sie verlieren keine Zeit durch das Bereinigen und Vorbereiten der DWG-Dateien, die Sie zur weiteren Bearbeitung empfangen. Die Architekten wählen für jeden Berater einfach den entsprechenden Übersetzer aus und stellen die sauberste und beste DWG-Datei für Ihre spezifischen Anforderungen zur Verfügung.